Wir sind am Weißenstein und das ist der einzige Fels, der wahrscheinlich hier heute trocken ist in Franken. Ich mache heute den Workshop von der Halle an den Fels. Genau und da geht es einfach darum, dass wir ein paar Sicherungstechniken erlernen, wie man umbaut, wie man sich richtig verhält am Fels. Servus, ich bin Alexander Huber und ich bin heute da beim Kletterfestival von Petzl in Königstein, weil ich nicht mehr selber Bergsteiger und Klacksler bin. Seit Jahrzehnten schon in den Bergen und in den Felsen unterwegs. Ich bin der Anton Weiß. Ich komme ursprünglich aus Karlsruhe und war jetzt hier am Franken-Jura-Festival und ich finde es super cool, diesen Deepwater-Boulder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.